Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute mit etwas wieder weiterem CSS. Was ist denn hier los? Ja, wie gesagt, ich gehe gerade meine anderen Reihen alle durch und gucke mal, ob ich in der Zwischenzeit an irgendeinem Projekt gearbeitet habe, wo ich was Neues gelernt habe, was ich vielleicht noch nicht hier eingetragen habe, in die ganzen Playlisten. Das kann natürlich schon ein bisschen her sein, je nachdem, was für eine Playlist das ist. CSS habe ich recht früh gemacht. Und dementsprechend, Variablen hatten wir letztes Mal. Kalkulationen, das kommt heute. So, was genau meine ich damit? Nun, stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr habt dieses wunderschöne CSS-HTML-Kombinationsgemisch, welches euch hier Platz lässt auf der linken Seite für ein bisschen angenehme Augenplätze oder auf der rechten Seite Platz für so ein bisschen Navigationsleiste oder sowas oder irgendeine andere Spalte, wo man irgendwas eintragen kann. Und ihr wisst, ja gut, das ist doch eigentlich ganz nice. Ich kann das so resizen, das ist ganz cool. Ich habe unterschiedlich viel Platz. Passt. Ja, ähm, der Punkt an der Sache ist allerdings, es ist vielleicht nicht ganz so geil, wie ihr denkt. Denn, ich habe das jetzt mal so produziert. Wir haben hier auf der rechten Seite MySpace an Platz. Das habe ich eingetragen über die Variable, das haben wir letztes Video gelernt. Wunderbar. Auf der rechten Seite haben wir 40% Platz. Und meine Navigationsleiste, die wir vielleicht irgendwann mal noch machen wollen, frisst 30%. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt, der Platz auf der rechten Seite sind die ursprünglichen 10% Platz, die wir an der Seite haben, plus eben, weil wir die Navigationsleiste rechts eingefügt haben, eben das rechts. So. Jetzt nehmen wir an, die Navigationsleiste ist noch nicht da. Die ist ja noch nicht da, ja. Und wir haben hier eigentlich auch nur 10% stehen. Dann sieht das Ganze so aus. Und wir wollen jetzt aber diese Navigationsleiste hier einfügen und müssten jetzt hier überall das ändern. Gut, wir haben jetzt zum Glück Variablen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur diesen Wert hier neu berechnen auf die 40% und dann müssen wir vielleicht ein paar Sachen resizen und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist das unfassbar nervig. Sagen wir, ihr wollt vielleicht auf Pixel wechseln, weil das ist dann schon ziemlich breit für ein bisschen Abstand an der Seite. Und hier kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, warum muss ich zwei Werte ändern? Oder wenn das Dokument halt vielleicht einfach größer ist, warum muss ich 50.000 Werte ändern, wenn ich doch einfach ein paar Berechnungen eintragen kann, sodass ich die einmal berechne und dann berechnen die sich automatisch aus dem Platz von meiner Navigationsleiste. Warum kann ich das nicht einfach so machen? Nun, die Antwort ist, ihr könnt das so machen. CSS unterstützt das nämlich mittlerweile und zwar ohne SCSS, ohne SASS, einfach nur in normalem CSS. Und das ist ziemlich cool. Die Funktion heißt Kalk. Kalk ist eine Funktion, das heißt, ihr könnt die aufrufen, wie ihr die War-Funktion aufgerufen habt. Ihr könnt hier einfach Kalk, Klammer, Klammer machen und dann könnt ihr hier Sachen durchrechnen. Und in dem Fall können wir zum Beispiel einfach sagen, okay, wir nehmen MySpace plus minus minus die Nav-Leiste. So, das ist quasi beides auf einmal. Es sollte klar sein, dass das jetzt aktuell gerade 40% sind. Das heißt, hier ändert sich nichts. Wunderbar. Und wenn ich jetzt mich entscheiden sollte, ey, yo, ich will ab sofort keine 30% hier haben, meine Nav-Bar ist halt einfach genau 100 Pixel groß, dann machen wir das einfach so und dann sind das halt immer exakt 100 Pixel. Und bam, es ist sofort angepasst. Ich muss nicht hier irgendwie noch ausrechnen, was sind denn jetzt 10% plus 100 Pixel, was ich eigentlich so ohne Variablen gar nicht machen kann. Denn, ja, Prozent und Pixel zusammenzurechnen, das ist halt ein Ding, das kann ich nicht im Vorfeld machen. Das kommt ja auf die Breite von dem Gerät an. Und so habe ich das direkt. So habe ich direkt auf jeder Seite einfach diese 100 Pixel plus 10%. Wunderbar, mega geil. Und damit habe ich eigentlich auch schon alles, was ich brauche. Ich kann hier Sachen verändern, indem ich Funktionen aufrufe, indem ich eben Berechnungen durchführe. So, jetzt ist natürlich die große Frage, welche Browser supporten das? Das ist immer die größte Frage, wenn es um WebDev geht. Und B, was kann ich damit alles berechnen? In diesem Fall haben wir schon gesehen, also Breiten gehen offensichtlich diese Prozent und die Pixel. Kein Problem. Das ist auch wahrscheinlich euer häufigster Anwendungsfall, ist aber natürlich nicht alles. Kurz zu den Browsern. Chrome, alle aktuellen Versionen ab Version 29, äh 26 sogar, unterstützen das. Und ihr solltet sowieso keinen so alten Browser mehr haben, weil die Dinger Schwachstellen ohne Ende haben. Das heißt, updatet euren Browser, dann funktioniert das Ding auch. Ähm, also das geht. Und Edge ab Version 9, also Edge Version 9, ähm 9.0 übrigens. Mozilla Firefox ab Version 16, selbst Safari ab Version 7 und Oprah ab Version 15. Also alles easy. Ähm, ähm, das sollte wirklich bei fast jedem Browser mittlerweile der Fall sein, dass das funktioniert. Und wenn jemand einen Browser hat, der das nicht kann, dann solltet ihr vielleicht eine Meldung bringen. Nicht irgendwie, ey yo, ich hab hier Legacy-Code für dich, sondern, ey, update deinen Browser, du kannst angegriffen werden. Das ist sowieso, also, ja, sollte mittlerweile Standard sein, dass man seine Geräte upgradet. Aber sorry für den Mini-Rant schon wieder. Ähm, ihr könnt aber folgendes auch tun. So, wir machen jetzt hier mal was Verrücktes. Wir sagen hier mal Kalk, okay. Ähm, und dann sagen wir hier mal 10% minus 100 Pixel. Ja, mal gucken, mal gucken, was hierbei rauskommt, beziehungsweise minus 100 vielleicht einfach. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube eigentlich nicht, dass es... Oh, nein, es funktioniert nicht. Äh, aber es kommt auch kein richtiger Fehler. Ähm, aber gut. Also, was hier bei Kalk rauskommt, ist normalerweise als Zahl interpretiert. Das heißt, ihr könnt hier durchaus sowas machen wie 255 minus 100. Jeglicher mathematische, jeglicher mathematischer Ausdruck auch, ähm, wird hiervon unterstützt. Das heißt, 255 minus 100 ist natürlich ein Ausdruck, den man benutzen kann. Ähm, ebenso ist 3400, äh, geteilt durch 100 zum Beispiel ist ein Ausdruck, den ihr hier verwenden könnt. Wobei dann ein Wert rauskommt 34. Warum ist das so bläu? Achso, ja, gut, natürlich ist das bläulich. Okay. Selbstverständlich könnt ihr hier, also müsst ihr nicht nur auf eine Stelle irgendwie was draufsetzen. Ihr könnt natürlich auf so viele Stellen wie möglich was draufsetzen oder wie ihr wollt. In dem Fall wäre es 125 beziehungsweise 25 mal 5, was 125 ist. In dem Fall haben wir dann natürlich noch ein bisschen weniger grün. Also insgesamt ein kleines bisschen mehr Blaustich. Wunderschön das Ganze. Und ja, natürlich kann man das so kombinieren, wie man möchte. Gut, ähm, in dem Fall war es das von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.